Hi ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Daily. Ihr seht schon, ich habe was zum Auspacken heute und ich wollte heute aber erstmal damit starten, was ich überhaupt anhabe. Ich habe meine Wiki-Jacke an, die ich aus dem Garn von der lieben Julia von Vulpedia gemacht habe. Das Garn hat sie mir zur Verfügung gestellt, damit ich daraus euch eine Anleitung zaubere, die ihr auf meinem anderen Kanal findet. Also wenn ihr eine Wickeljacke haben wollt, könnt ihr euer Garn benutzen, wie ihr möchtet, dann schaut doch ruhig mal auf meinem anderen Kanal vorbei, da könnt ihr schön frohlich eh kennen. Wenn ihr Julia noch nicht kennt und ihre Garne noch gar nicht kennt, dann empfehle ich euch da unbedingt mal vorbeizuschauen. Vulpedia.de findet ihr alle Garne unten in der Videobeschreibung, wenn ihr auf mehr klickt, findet ihr Rabattcodes und andere tolle Dinge, wo ihr gleich zur Hegelanleitung von Julia kommt und 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 und. Ja, also die Links. Die Links. Es ist mir gerade nicht eingefallen, die Links. Ja, da könnt ihr da gerne vorbeischauen, da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. So, erstmal dazu. Dann habe ich hier ein Paket von der lieben Kiki. Ich sage mal deinen Künstlernamen, sagt man das so. Ja, die liebe Kiki hat mich gefragt, wie hat die Stoffe rumliegen und hat mich gefragt, ob ich die gerne zum Häkeln, zum Häkeln, zum Sticken haben würde. Und ja, ich habe gesagt, ja. Ich würde mir mal einen Kuchen auf jeden Fall mal gucken, ob ich damit sticken kann. Ich habe immer ein bisschen Angst, weil ich ja immer nur so große Zählmuster benutze. Ja, aber wir schauen mal. Erstmal kommt hier ein schöner Brief zum Vorschein. Ich habe gesagt, bitte pack nicht so viel anderes mit rein, weil ihr wisst ja, ich habe so viel Zeug. Okay, cool. Also sie schreibt auf jeden Fall, der Leinen ist bestimmt 80 Jahre alt. Den hat sie von ihrem Mann, von der Uroma, selbst hergestellt. Okay, ich bin gespannt. Und ich bin auch gespannt, ob ich damit sticken kann. Ja, es ist sehr fein, sehr fein. Also hier kommt es erstmal. Ja, es hat auf jeden Fall Stickmuster. Und das ist ein Riesenstück. Oh Gott. Leute, den müsste man sich einfärben. Also ich würde den färben und der muss ich echt mal gucken. Ich weiß es nicht. Also sind das 28 Count. Also man erkennt sie, aber sie sind dolle fein. Also da muss ich mir dann erstmal gucken, wie ich damit klarkomme. Vielleicht, wenn ich ein bisschen mehr Übung habe im Kreuz sticken. Oder wenn ich angefangen habe, anders zu sticken. Auf jeden Fall werde ich mir den zur Seite packen. Und hier ist noch ein Stück drin. Ja, sehr cool. Also wenn ihr auch sticken tut und ich soll euch ein Stück färben von dem Stoff, dann sagt mir das mal Bescheid. Dann färbe ich euch ein Stück davon und schicke euch das zu. Also der hier scheint, sind halt beide, ich würde sagen, die sind beide gleich. Na, Bommel, danke. Also sie sind beide gleich. Auf jeden Fall habe ich jetzt ganz viel Stoff, um den einzufärben. Und wenn ihr da auch Interesse an so Feinen habt, weil ich weiß ja, dass diese Kreuz-Stich-Dinger, ähm, die Fluss-Dubes, die ich immer gucke, die sticken immer auf so ultrafeinen Stoffen. Es ist Leinen. Und, ähm, ja. Ich bin gespannt. Aber man erkennt sich nun die Kreuz. Unter meiner Lupenleuchte bestimmt noch besser. Aber ich weiß noch nicht, wie ich klarkomme, damit zu sticken. Auf jeden Fall, ich freue mich riesig drüber. Dankeschön, liebe Kiki. Und, ähm, wie gesagt, ihr wollt was Gefärbtes haben. Vielleicht, weil ihr was nähen wollt und nicht unbedingt zum Sticken. Dann gebt mir mal Bescheid. Dann schicke ich euch sowas, wo, äh, eingesprühtes. Die, ihr kennt ja die Färbe-Videos. Und dann, ähm, messe ich euch da die Größe so ungefähr ab und färbe euch das und schicke euch das zu. Aber fixieren tue ich das nicht. Ne? Das haben wir ja jetzt gelernt. Fixieren kann ich nicht. Und ich sag mal so, fürs Sticken, für meine Stickbilder brauche ich jetzt was fixierte auch nicht. Ähm, ich habe keine bunten Finger, wenn ich mit dem Stoff arbeite. Funktioniert das super. Aber ihr könnt mir ja trotzdem Bescheid geben. Genau. So. Ähm, ich weiß noch nicht, was ich heute so anstelle. Ich würde die Kamera noch offen lassen. Ansonsten sehen wir uns denn morgen früh, wenn ich das beende. Also, äh, ja, ich lasse es noch offen. Wir werden ja sehen, was nicht noch toll ist. Für euch zusammen. Bastel heute. Okay, ihr Lieben. Bis später. Hey, ihr Lieben. Und da bin ich wieder in der Kamera. Das ist ganz schief. Die geht nicht gerade. Ich habe gestern noch Videos gedreht. Einmal so ein Blümchen habe ich abgedreht. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das ist ja für mein Kleid. Nur, dass ich es in Schwarz brauche, aber Schwarz abfüllen. Ihr habt es ja bei den Halloween-Videos gemerkt, ist immer ein bisschen schwierig. Timbchen, es gibt nichts zu fressen. So, das habe ich gemacht. Dann habe ich an meinem Strickejäckchen weitergemacht. Das möchte ich euch auch zeigen, weil da musste ich ja auch weiter drehen. Also, ich habe gestern nur Videos gedreht. Und ich muss jetzt erstmal gucken. Das gehört dazu. Das gehört dazu. Genau. Also, mein Strickejäckchen hat jetzt einen kompletten Arm. Und ein Arm fehlt noch. Ja, da bin ich jetzt dran. Aber ich war jetzt ein bisschen erschöpft vom Häkeln. Das hat jetzt gereicht. Und ich muss ja jetzt auch gleich weiter Videos produzieren. Und deswegen, ja, geht das jetzt erstmal zur Seite. Da fehlt dann unten noch das Bündchen. Also, quasi, wenn der Arm fertig ist, kommt unten das Bündchen dran. Und dann kommt noch ringsherum eine Blende vorne an der Jacke. Ja. Und ich habe mir überlegt, ich will hier oben ein Knopfloch machen. Aber das mache ich, während ich die Blende mache. Also, so die allerletzte Reihe wird dann so mit Luftmascheln sein. So, dass ich hier einen vereinzelten Knopf hinmachen kann. Das finde ich immer ganz süß, wenn man das dann so zumachen kann. Ja. Bei diesen RVO-Jacken, wenn ich das hier mit so einem geraden, finde ich das immer ganz süß, wenn da so ein Knopfloch ist und ich den benutzen kann. So, dann habe ich weitergemacht an meinen letzten Halloween-Pullover. Den mache ich heute auch fertig. Also, den Pulli beende ich heute auf jeden Fall noch. Er hat ein Erbschen bekommen. Mit diesen schönen Regenbogenbündchen. Ich mag es. Ja. Und, ach so, den zweiten Arm hat er auch, natürlich. Sieht so aus. Und da fehlt jetzt die zwei Abnahme rein. Die muss ich jetzt abdrehen. Und dann das Bündchen. Dann hier oben noch ein Bündchen. Im Übrigen gehört er eigentlich so rum. Aber ihr seht die Fledermaus jetzt eh nicht. Ja. Und, ähm, ja hier oben ein Bündchen und unten noch ein Bündchen. Wenn wir mal so, wenn ich mir den so anhalte, da ist er sogar ein bisschen länger als sonst. Als wie ich sonst meine Komfortgrößen häkle. Genau. Und auch ein bisschen seht ihr. Habt ihr ihn gesehen. Die Fledermaus. Ähm, ja. Das wird der letzte Halloween-Akt, den ich habe. Dann ist Halloween für 2024 durch. Ähm, die November-Videos stehen auch schon fast alle. Wie gesagt, eins davon ist dieses Mini-Blümchen. Aber ich denke mal nach vier Pullovern, fünf, äh, ist das auch okay, wenn denn mal ein ganz kleines Mini-Video kommt. Und, ja, eine Mütze wird es im November geben. Die Jacke, die ich euch eben gezeigt habe. Die Streckejacke wird es im November geben. Und das 17.000 Tuch, das liegt hier hinten. Das drehe ich jetzt ab. Ähm, das ist auch schon November. Und das ist der November voll. Und dann kann ich den Dezember nämlich abdrehen. Da wird es nämlich nur den Karl geben, wovon ich auch noch die, ähm, Eckdaten posten wollte. Es gibt ja dieses Karl-Video, aber ich wollte nochmal einen Post machen, damit ihr überall nochmal so die Eckdaten habt für den Karl. Ja, den Decken-Karl habe ich ja schon, ähm, gepostet. Und nächstes Mal mache ich den Weihnachtskarl. Also, alles durcheinander. Bei mir ist sowieso Chaos, ne? Alles durcheinander, alles fünfmal. Ist okay. Okay, ihr Lieben, ähm, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses Daily hat euch gefallen. Wir freuen uns über Däumchen, Kommentare und Abos. Und wenn ihr morgen wieder einschaltet, bis morgen. Ciao, ciao.